Für richtig Geld. Meine Arbeit gewesen bin, dass ich gearbeitet habe. Dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe. Für uns besonders wichtig ist, dass ich anstrengend, für die Worte für die Zukunft der Welt. Geh du jetzt eine Stimme ab, wenn ja! Für die Worte gegen die Worte. Sondern das Kapital gegner wird und die Wirtschaft ein Volk. Hier wird kein Gesetz. Das Volk lebt nicht für die Wirtschaft und die Wirtschaft existiert nicht für das Kapital. Von den Zehntausenden, die Jahr für Jahr den Gashahn aufdrehen. Nicht weil es ihnen zu gut geht, können wir uns unterdrücken. Sie können uns beide wegen töten. Kapitulieren werden wir nicht. Sieg! 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 Ich bin nicht mehr in uns gemacht. Ich bin euch selbst herausgewachsen. Mit einst selbst unter euch gestanden. Ich bin in viereinhalb Jahren Krieg wieder mit dir unter euch gewesen. Lernen und ich kann sagen durch hungern. Langsam vorgearbeitet. In meinem innersten Leben bin ich immer das geblieben, was ich vorher war. Wohin jetzt hast du ja sonst, damit ist der Witz weg. Nennt so toll. Toll Dinger. Und Hass untereinander. Er wird gepflegt von ganz bestimmten Interessenten. Es ist eine kleine wurzellose internationale Clique, die die Völfe gegeneinander hetzt. Die nicht will, dass sie zur Ruhe kommen. Es sind das die Menschen, die überall und nirgends zu Hause sind. Die nirgends einen Boden haben.